Ähm, sind Sie das? Ich fürchte, so ist es. Geil. Sie trainieren jetzt Fußball. Mann, Sie sind die Legende, weil Sie sowas Bescheuertes machen. Die werden Sie umbringen. Hier kommt eine überraschende Nachricht von der anderen Seite des Atlantiks. Der AFC Richmond verpflichtete für die neue Spielzeit Theodore Ted Lassen. Sie sind ein Amerikaner, der jetzt mit der Leitung eines Fußballvereins betraut wird, obwohl er nur über geringe Kenntnisse als Spiel zu verfügt. Ich weiß, dass der AFC Richmond alles geben wird, ob Sieg oder Niederlage. Oder unentschieden. Stimmt, hier gibt es ja unentschieden. Du hast doch keine Ahnung! Du hast doch keine Ahnung! Hast du das gesehen? Der muss aber von hier sein. Wales. Ist das ein anderes Land? Ja und nein. Wie viele Länder gibt es in diesem Land? Vier. Ob es Ihnen passt oder nicht, Richmond wird einen neuen Weg einschlagen. Wir machen es auf die Lassow-Methode. Hey, dieses Auto hat ein unsichtbares Lenkrad. Was Sie tun, ist unverantwortlich. Dieser Stadt bedeutet der Verein nämlich wirklich etwas. Das ist mir klar. Sehr sogar. Bist du wahnsinnig! Und ich denke, dass es darum geht. Ihr seid im selben Team! Mutig zu sein. Ihre Entscheidung, Jamie Todd auf die Bank zu setzen, war ein absoluter Geniestreich. Ist das nicht unfair, einen echten Genies gegenüber? Für mich hat Erfolg nichts mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Ich will diesen jungen Männern helfen, die beste Version von sich selbst zu sein. Auf dem Spielfeld und außerhalb. Ich habe ja immer angenommen, Tee schmeckt wie heißes, braunes Wasser. Und wissen Sie was? Ich hatte recht. Er ist grauenvoll. Willkommen in England. Willkommen in England. Hall tier in England. Aber wir sind hier im Lu für auch ein withиков Grad. Wir haben alles im Umgebot. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020